Hallo zusammen, ich bin Alessandro. Ich mache die Lehre als Elektroniker bei der WKG in Beretswil. Ich bin im dritten Lehrjahr und ich würde euch gerne einen Einblick auf meinen Berufsalltag geben. Kommt doch mit! Als Elektroniker baut man Schaltungen auf und misst sie aus. Dazu erstellt man ein Mikrocontrollerprogramm in der Sprache C. Ein Elektroniker hat dazu noch die Fähigkeit zu löten. Beim Löten bringt man komplexe Bauteile mit der Printplatte in Verbindung. Das führt dann zu der Funktion und zum Endprodukt. Das Endprodukt wird immer geprüft, bevor es ankommt. Ich habe mich für den Beruf als Elektroniker entschieden, weil mir das Handwerken, das Arbeiten, aber auch das Arbeiten am PC gefällt. Ausserdem hat mich Elektronik schon immer fasziniert. Was mir an der WK gefällt, ist, dass es ein cooles Team an Lernenden hat, von verschiedenen Berufen. Wie KV, Konstrukteur und Polymechaniker. Ausserdem macht die WK alle zwei Jahre am Lehrlingswetbewerb mit. Dort setzen sich alle Lehrlinge zusammen und machen ein gemeinsames Projekt. So, das wäre ein Einblick auf meinen Berufsalltag gewesen. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns sehr über deine Bewerbung freuen. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020